Wo geht's lang? Sollen wir noch looten? Diese Gebäude sind alle ausgebaut hier, ne? Man kann die überall rein. Oh, vielleicht haben wir eigentlich aus Versehen gerade den Weg gefunden. Ich habe gerade was entdeckt. Also hier war der eine Schütze, das heißt, hier müsste ein bisschen Ausrüstung hier schon liegen, ja. Der tut so, als ob sie nicht in der Zombie-Aukalypse aufgewachsen wäre. Ja, ja, ja. It's true. Aber ich check, bro. Stell dir vor, sie kann nicht so gut mit Waffen umgehen, dann wäre das ein übelstes Risiko, ne? Für die Gruppe, sag ich mal. So. Da blickt irgendwas da unten. Haben wir jetzt basically alle Raider ausgelöscht? Also alle, die in dieser Stadt hier jemals gelebt haben? Oh, hier wurde Poker gezockt, Alter. Poker, da hat ich auch wieder Bock. Oh, so ein Pokerabend mit den Männern. Habe ich immer sehr enjoyed. Muss man eigentlich mal wieder starten. Also wir müssen halt in diese Richtung, ne? Wie machen wir es? Wie machen wir es, ihr Mäuse? Wo geht's lang? Ich befürchte hier durch. Oder kann man hier drüber klettern, ne? Ah, hier kann man auch nicht durch? Boah, es kommt wieder der Part, wo ich nicht weiß, wo ich lang muss. Im Game. Hier, maybe? Oh, ja, ja, ja. Doch, bitte, bitte alles einsammeln. Ne, auch nicht. Angenommen, sie kann nicht so gut in Waffen umgehen, 10 Minuten vorher, hat besseres AIM als Wiest. Bro! Ich bin kein Console-Player. Hier, ah, vielleicht das Tor? Ja, gute Call. Sloppy Joe schreibt links. Boah, das ist wirklich, das ist das erste Mal, dass ich was mit AIM auf der, auf einer Konsole spielt. In meinem, in meinem ganzen Leben. Ich finde, dafür geht's klar. Wir haben den AIM-Assist nicht auf Full gestellt. Ja, mach einen Stock drunter oder so. Mach ich. So. Gute Idee. Ich hätte AIM-Assist auch auf Full machen können, aber jedes Mal, wenn ich auf einen Typ aim, ist direkt auf seinem Kopf. Also, vielleicht mach ich das auch noch irgendwann. Mal schauen. Ach, da geht's. Da müssen wir Räuberleidung machen, ha? Findest du das Game bisher brutal? Geil. Das ist auf Bock, auf jeden Fall übertrieben. Also, ich weiß nicht. Bin ich jetzt. Wir müssen den jetzt nehmen. Um hochzukommen. Jo, sie hebt das aber hoch. Wie stark auf einmal. Wie stark auf einmal. Sorry, Bro. Okay. Didn't know that you were lifting, man. Okay. Jetzt hopf mal da rüber. Hopf da rüber. Ja, aber leg. Geile Sache. Wir können hier verbessern. Mal gucken, was wir machen können. Wie findet ihr das Game bisher, Chat? Gibt es Leute hier im Chat, die das Game noch nie gezockt haben und das jetzt bei mir zum ersten Mal sehen? Frage ich einfach mal so in die Runde. Reichweite. Vielleicht verbessern wir mal kurz den Revolver. Weil den Revolver mag ich gern. Ja? Okay, also für alle, die das hier gerade bei mir zum ersten Mal sehen. Wie findet ihr es? Revolver finde ich geiler. Schon viel gehört, aber noch nie gespielt. Bin gespannt. Alright, okay. Finde ich cool auf jeden Fall. Wenn möglich, die Waffe schneller nachzuladen. Und schnell nachladen ist auf jeden Fall, sag ich. Smart gemacht, dass er sich drüber beugt. Man sieht nicht. Die haben einfach irgendwas random animiert. Ermögliche die Waffe schneller abzufeuern. Nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Revolver brauchen wir eigentlich nicht. Pistole. Schon auch smart da weiter. Schneller abfeuern. Magazinkapazität plus zwei. Waffe schneller abzufeuern. Wir machen das mal noch. Hat eine YouTube-Empfehlung für dich an Ants Canada. Oh mein Gott, den kenn ich, Bro. Ants Canada kenn ich, kenn ich, kenn ich, kenn ich. Der macht wirklich nur Ameisen-Content, gell? Ich sehe es bei dir das erste Mal. Der Eindruck ist gut. An manchen Stellen ist aber der Weg ein bisschen unklar. Ja, ja. Aber ich glaube, das haben die halt absichtlich so gemacht, ne? Oh nein, zwei Zivilisten, die armen, Bro. Ach du Scheiße, Bro. Ach du Scheiße, Bro. Das ist ja krank. Boah, das Autoclauen wäre doch krass. Warum ballern wir die nicht ab und nehmen das Auto? Ach so, der Fahrer. Den Typ haben die gar nicht durchsucht, what the fuck? Der Fahrer ist da jetzt in gepanzerten Dingen, der kann nicht rein. Der baut ein Ökosystem drin, hat es sogar Krokodil. Das ist kranke Scheiße, Bro. Das ist krass. Noch nie gespielt. Hast du schon ehrliche Gameless geguckt? Ja, check ich. Das habe ich auch bei manchen Games. Zum Beispiel Wolfenstein. Ich habe eine komplette Wolfenstein-Gaming-Reihe bei Gronkh gesehen einfach. Noch nie selber, aber eine einzige Sekunde in dem Game verbracht. Es gibt einfach so Games, die schaut man irgendwie einfach nur beantworten. Nein, ich weiß auch nicht. Hat es mal gespielt, der fand es zu stressig. Ich check. Also ohne euch jetzt hier als Hilfe, also so als Support-Chat, wäre es mir auch zu gruselig, glaube ich. Tja, wenigstens haben sie die beiden getötet. Ich dachte, sie hätten es aus der Stadt geschafft. Die Stadt muss eine ganze Armee sein. Wie haben wir es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Den schaffe ich mal kurz aus der Sichtlinie raus. Oh Mann, hey, bleib ganz cool, Mann. Immer mit der Ruhe. Also ohne euch würde ich es mir die Schildtag, glaube ich, nicht trauen. Da wäre es mir zu gruselig. Ja, jetzt habe ich dich. Dort rechts! Oh, what the fuck? Hallo? Ach du Scheiße, Bro. Wie ist das denn passiert, Chad? Wie ist das denn passiert? Tja, wenigstens haben sie die beiden getötet. Ich dachte, sie hätten es aus der Stadt geschafft. Jetzt müssen wir doch die zwei auf dem scheiß Dick abwinden. In dem Schock muss eine ganze Armee sein. Wie haben die es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Suchen wir weiter. Ich will vor Sonny... Schiff! Immer mit der Ruhe, Mann. Alles ist cool. Jetzt habe ich dich, Arschloch! Kamera, Kamera! Hä? Schlag ihn doch! Oh, scheiße! Oh, töte mich nicht mal! Bitte! Halt mal die Fresse jetzt! Wie wäre es damit? Voll Trottel. Wenn man das hört, wenigstens haben sie Angst. Du musst trotzdem waschen bleiben. Ich meinte nur, es ist gut, dass du bei mir bist. Das ist nur ein Kompliment. Also das ist, glaube ich, eine andere Gang-Chat. Habt ihr gehört? Weil die meinten, jetzt müssen wir nur noch die aus dem Pick-Up finden, die zwei. Die wir da vorhin gesehen haben. We got them on the run. Most of their forces have retreated to Liberty Avenue. Come midnight we strike. Okay. Richtig, scheiße. Hier ging wirklich kranker Bandenkrieg ab. Okay. Hier runter droppen. Wo ist die Brücke? Nichts zu sehen. Sieht schön aus, ne? Irgendwie, es hat irgendwie auch was krasses, Chad, wenn die Natur sich das so zurückholt, finde ich. Ahnt ihr? Funkt hier jemand? Ich hoffe, dass die Eindringungen sich zeigen. Joel, da! Das ist okay. Das wird wohl dein Glückstag. Da oben sind zwei Ärzten. Joel, im oberen Stockwerk ist einer, da oben. Ich sehe es doch, ich sehe es doch. Ich sehe ihn. Deckung. Ja, sollen wir den ficken, oder? Da waren halt zwei, ne? Wir können halt auch unten dran vorbei. Oh, hier ist eine Falle. Aber wenn ich die jetzt aufschieße, werden die da ja drauf aufmerksam, ne? Dann würde ich sagen, ist der Plan, wir laufen einfach dran vorbei. Oh, ne, wir laufen hier rein, ne? Hahaha! Jetzt wird zurückgefickt. Einfach 20-30, Bruder. Wirklich, ich sage dir ehrlich. So, wie aktuell in der Welt ist. Wahrscheinlich wirklich, Mann. Meint ihr, der checkt das, wenn ich den hier ficke? Der hört das nicht. Ich würde es mir sagen, der hört das nicht. Das ist krass. Bisschen Munni-Spar, ne? Scheiße. Das war schlecht. Da bin ich zu Rambo-mäßig rangegangen. Ich dachte, ich fick den jetzt auch noch Nahkampf. Hab vorgestern jemanden mit dem Mario-Bartts-Gendernicht-Shirt im Park gesehen und muss direkt einen Edeltalk-Ausschnitt an dir denken. Bro, welche NPCs tragen das? Das kann doch, das kann nicht in der Ernst sein. Willst du, wollen wir das einfach skippen da oben? Oder brauchen wir das für die Story? Das ist so unnötig da, als so Munni auf die zu wasten. Wir könnten eine Granate reinwerfen in die Mitte einfach. Oh, oder Rauchgranate. Haben wir ja neu bekommen. Mal schauen, wie die so wirkt. Der ist instant down. Lol. Zuerst mal den mit der Schritt niederstrecken. Ellie, okay. Okay, Ellie, alter. All right. All right. Okay, I see you out there. Ellie, macht ihr Ding, alter. So sah Mexiko aus. Ich sag dann immer lautstark, schau mal, der hat ein Ich-bin-dumm-Ich-Gendernicht-T-Shirt an. Der wird nicht so warm. Ach, for real? Hallo, Ellie, ist Nahkampf. Ist die denn noch welche, oder was? Sie ist einfach weggerannt, so von wegen, ja, Bruder, kümmere dich bitte drum. Die Musik sagt mir, hier ist noch jemand. Guck mal, der hat jemand ein Ich-bin-dumm-Ich-Gendernicht-T-Shirt. Boah, das kann ich mir richtig vorstellen, dass die da richtig sauer werden. Ja, keine Ahnung, ich würde sagen, wieder runter, oder? Ist Ellie single? Bruder, that's crazy. Digga, bin ich dumm? Bin ich dumm? Ich hab doch selber, ich hab doch selber die Falle grad noch gesehen. Oh mein Gott, bin ich dumm, oder was? Okay, aber good to know, die warten da hinten auf uns. Da hinten, eins. Eins und zwei, ne? Das sind zwei Atzen. Hinter uns irgendwas? Was macht man mit denen? Anschleichen am besten, I guess. Anschleichen, eliminieren. Klassisch. Einmal wollte ich so einen Typ schlagen, mein Kollege hat ihm einen Gehfehler gegeben, als er mich zugelaufen ist, und wir sind einfach weg. Boah, das ist krass, aber Gewalt ist keine Lösung, Bruder. Egal, wie frustriert man ist, und so. Oh, das war eng. Wer schreit hier? Oh, du Arsch. Oh. Wer, wer schreit hier? Sind es mehr als einer? Hat er grad selber geschrien vor Schmerz? Bruder, was? Bruder, was? Easy, easy. Wo, 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 wo? Ah, hier. Hat er drei Schutz getaked? All right, der hat drei Schutz getaked. All right. Der Comic, den ich gelesen hab, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Falle. Wir gucken hier nur kurz nach Loot einmal, Freunde, weil wir das ja anscheinend hier gecleared haben. Siehst du? Ich zock gerade auf Konsole. Du musst halt konsolenmäßig aimen können. Da war doch nichts. Die war doch links von mir. Bin ich da reingelaufen? Oh, Digga. Augen auch nicht mehr das, was sie mal waren hier. Na, Chad, da war, also jetzt, zeig mir mal, welche das gewesen sein soll hier. Ah, hier. Hier ist echt schon eine. Ja, gut. Kurze Frage, wo müssen wir überhaupt hin? Wo ist denn die Brücke? Wir müssen erst mal kurz orientieren. Ah, Ellie hat geschossen auf ihn. Deswegen hat er A gesagt, check. Boah, von hier hinten kommen wir doch, oder? Hier sind wir doch lang gegangen. Ich lauf gerade zurück, Bro. Jo, ich zock gerade Witcher, Wild Hunt. Kennst du das? Bist du offen, das mal zu zocken? An sich bin ich offen, auch mal von Witcher zu zocken, ja. Habe jetzt nichts speziell dagegen. Digga, wirklich NPC-Movement hier, ich lauf einfach zurück. Okay. Das heißt jetzt hier vorne wahrscheinlich hier lang, ne? Man sieht die Brücke gar nicht mehr inzwischen, sag ich mal, so wie es ist. Also ich hab, also wenn ich Entwickler wäre, würde ich hier drin irgendeinen Loot verstecken. Haben sie aber nicht, ne? Na gut. Na gut, na gut, na gut. Haben wir hier schon gelootet. Gut, aufpassen auf Fallen. Klingt so, als würde er oben über uns einer steppen. Kevin ist doch gerade Hitman. Geil. Das freut mich für ihn, Bro. Okay. Zeugst du mir irgendwie lasst was? Freunde, morgen machen wir eine EM-Watchparty. Bei Kevin zu Hause. Messer benutzen. Ich hoffe, es ist worth. Okay. Ich hoffe, es ist worth. Ja, ein bisschen Loot ist doch. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Say less, say less. Wer glaubst, wird gewinnen? Wer spielt morgen überhaupt? GG. GG ist in den Chat. Wer spielt überhaupt? Ne, nicht noch im Olli. Das lieber noch. GG ist in den Chat, Bro. Wer spielt überhaupt? Ich weiß nicht mal. Also Deutschland, ob wir es gegen. Achso, wir spielen gegen Dänemark, gell? Deutschland gegen Dänemark. Ja, da sage ich ehrlich, wird Deutschland gewinnen. Aber ich glaube, Dänemark ist kein einfacher Gegner. Ich weiß nicht, ob Dänemark unterschätzt wird auch. Ich habe das Gefühl, Leute könnten es unterschätzen, weil die so sagen, oh, England, da hätte ich richtig Angst und so. Und Dänemark sagen die so, ah ja, scheiß drauf, keine Ahnung. Aber unterschätzt Dänemark nicht, Leute. Wirklich. Unterschätzt mal Dänemark nicht. War wohl das Ende dieser Zone. Uh. Das ging hier gerade noch ganz kurz über den Loot ab. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Das wäre cool, wenn man mit dem Panzer fahren könnte. Ja, das stimmt. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kommt das ja noch. Also, aber wohl Autofahren konnten wir auch nicht selber, ne? Das war ja eine Katze. Na bitte. Top. Wo ist die Brücke, Mann? Zeig mir die mal wieder. Ich brauche mal ein bisschen Ansporn. Da ist die. Hä? Wird halt nicht mehr so weit. Wir sind fast da. Okay. Ah, das Game funnelt uns hier lang. Hier lang oder hier lang. Aber ich glaube, hier geht es nicht lang, ne? Nee. Das heißt, ich glaube, wir müssen hier gehen. 0-1, neuer wird irgendein Klopsverklopfen, wie es immer macht. Ja, aber da denkst du, Deutschland schießt kein Turmon. Oh, der verdammte Truck. Hui. Wo ist Ellie überhaupt? Ich würde so gerne diesen Truck haben. Das ist okay. Und machst du mehr? Warum? Warum wohl? Ich will was. Dad, lass die mal ficken, alright? Nein, ich hab deinen Arsch vor dem Klicker gerettet. Ich denk drüber nach. Ich will die ficken. Ich will die ficken. Oh, der Truck. Warte mal kurz. Auf den Truck habe ich nicht geachtet. Aber so kann er mich nicht erwischen, wenn ich hier bin. Oh mein Gott, das Aiming ist so schlimm. Hab ihn. Okay, die beiden haben wir. Nur noch der Truck Driver. Wie ficken wir den Truck? Hä? Von wo? Von wo? Ich weiß nicht, womit schießen die da auch um? Hä? Da ist einer drin. Woher? Bleib unten. Ey, ich muss kurz reinhallen. Chill kurz. Zählen noch Eigentore? Ne, Eigentore. Also Eigentore zählen halt. Okay, bei mehr waren das auch nicht. Wenn das jetzt auf einmal mehr Leute sind, dann ist das scripted, Bro. Hm. Dann können wir hier außen rum gehen. Also ich könnte, Chad, was denkt ihr, soll ich eine Nagelbombe schmeißen? Ist das ein Soundeffekt oder hupt der? Oh, die geht nicht hoch oder was? Molly? Molly schmeißen? Ich mach doch nur eine Delle in das Scheißteil. Puh. Wie kriegen wir die da raus? Wie kriegen wir die da raus? Brandsatz? Meinst du Molly? Vielleicht gibt's hier irgendwas zu looten. Vielleicht gibt's halt... Boah, das wäre geil, wenn wir eine Kanone oder ein MG von einem anderen Tank nehmen könnten. Und die ihn damit ficken könnten. Hm. Hat der eine Idee, Chad? Gibt's hier irgendwas, was ich übersehe? Wenn jemand sich von hinten anschleicht? An ihn? Einfach weitergehen? Ja, wahrscheinlich, ne? Man kann den nicht zerstören. Ja. Boah, wäre satisfying, wenn's aber gehen würde, ne? Okay, aber geil, dass wir die anderen beiden Typen gefickt haben. Auch satisfying. Muss man sagen, auch satisfying. Hier noch Loot. Okay, jetzt ist aber die Frage, wir müssen ja da geradeaus, ne? Wie kommen wir denn an dem Kollegen jetzt vorbei? Wenn er wegguckt, ist es das? Aber wo müssen wir hin? Ich weiß gerade gar nicht, wo wir lang müssen, Chad. Hier geht's nicht weiter, ne? Hier geht's auch nicht weiter? Hier geht's auch nicht weiter? Oh, mach mal. L3 hin, lass. Überquere ich die Straße, nehme die Autos, das Deckung von den Geschwistern. Okay. Bitch! Aua, hier ist einer? Lol. Okay. Aua, aua, aua. Komm jetzt raus, man. Nerv jetzt nicht rum hier. Okay, wir rennen jetzt einfach hier durch und jumpen durchs Fenster. Drei, zwei, eins, go. Und chillen hier. Okay, ähm, jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt rennen wir da hinten lang? Oder hier rein? Ah, nee, hier rein geht's nicht. Verrückt, ich bin. Uh, bisschen zickzack, bisschen zickzack. All right. Bastard, hä? Oh, au, aua. All right, einmal geht's nachladen. Oh, mein Gott, das ist blöd. Ey, du... Nee, auf den waste ich keine Patrone mehr, Chad. Das sind stabile Tische. Ja, 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 ja. Das sind wirklich krasse Tische. Weißt du, was denn räuchern wir aus? Ja, geht nicht. Wer das nächste Mal in Deckung geht, dann... Ja, oder so. Okay. Okay, bei drei rennen wir rüber. Drei, zwei, eins, go. Aua. Unnötig. Ach, du Scheiße, ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Was macht das Scheiß-Teil? Hängt das fest? Welches Game? Das hängt fest, Chad. Das hängt fest. Wie dumm. Wow, ey, das steht unten im Stream. The last of us heißt das. Kurz heilen. Okay, gerade ist auf jeden Fall viel Action hier, das gefällt mir. Oh. Aha. Die nehmen wir gerne, die Patronen. Check die Game-Folge nie. Ich auch nicht so richtig. Aber ich stelle mir mal vor, dass es Leute sind, die neusen auf Twitch oder so, weißt du? Guck mal, wir hatten alle mal irgendwann unseren allerersten Tag, weißt du? So denke ich mir immer. Und da haben wir safe auch irgendwelche dummen Fragen gestellt, wo andere so dachten, bro, what the fuck, so. Haut der ab? Alright. Nils, bist du neu auf Twitch, bro? Ey, den haben wir geil gedodged, diesen Kollegen hier. Ey, das ist krass. Das ist noch relativ fresh eingerichtet. Hier hat auf jeden Fall noch jemand gelebt. Oder lebt vielleicht sogar noch, wer weiß. Vielleicht kann es sein, dass wir hier gleich raus müssen. Loot, loot, loot. Das allererste Mal Twitch. Ey, waren crazy Zeiten, oder? Waren crazy Zeiten, Mann. Das war echt krass, Mann. Hier sind wir rein. Dann müssen wir da drüben wieder raus, sag ich was. Mann, ist hier draufgekommen. Bitte sag nicht jetzt runter droppen, oder? Können wir hier an der Seite entlang? Ja, geil. Geil, das gefällt. Oh. Die sehen dich. Die sehen uns nicht. Die sehen dich, die sehen dich. Ey, man war ganz neu. Man ist auch ganz aufgeregt. Man hat die erste Chat-Nachricht, Freunde. Hier ist jetzt irgendwas. Hier ist jemand drin. Ja. Das war so klar, Bro. Das war so. Scheiße. Verdammt. Joel. Warte, warte. Joel, hör auf. Da. Lass ihn in Ruhe. Scheiße. Ganz ruhig. Was geht denn jetzt ab? Ist okay. Wie in einem Paralleluniversum, Chad. Nimm sie runter. Hände hoch. Mann, schlägst du Hartz. Die Stimmung vom Kind, ja, ja. Lass ihn in Ruhe. Aber er ist jetzt so ein Teenager. Er ist gerade im Stimmbuch gewesen. Dann habe ich dich gesehen. Falls ihr es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Haben wir jetzt neue Freunde? Kleiner sagt, dein Name ist Joel. Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Oh nein. Das waren die, die wir gesehen haben, Chad. Die erschossen wurden. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Alright. Tut mir echt leid wegen... Vorhin. Macht nichts. Oh mein Gott. Wird das eine Love-Story? Sorry, Sir. Ich muss noch looten. Ich bin ein Schwabe. Sie kennen mich nicht. Ich bin ein Schwabe. Explosionsradio ist geil. Sir, eine Sache müssen die mich wissen. Ich bin ein Schwabe. Ich loote. Wenn es da drin sonst gibt, nehme ich es. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer wacher. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind der... Ich habe versprochen, mich um dich zu kümmern. Ich habe versprochen, mich um dich zu kümmern. Ja. Das ist mein Elixier. Das ist mein Überlebens-Elixier, Bro. Erstmal Flachbildfernsehen mitnehmen. Hey Leute, wenn irgendwann die Apokalypse vorbei ist und wir haben wieder Strom, werdet ihr euch freuen über die Flachbildfernseher, alright? Ich denke, jetzt schleppe ich nicht nur ein so ein NPC mit mir rum, sondern drei. Das kann ja was werden. Pop-Up Toys. Also ein Toy-Laden. Also diese Atzen, die da in dem Truck sitzen, ist wirklich wild. No, lass den doch. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Krass. Der arme, Bro. Kleiner Spielzeug kann doch nehmen. Leid ist es noch. Nicht weit. Nicht mal weit. Warum wollen die immer, dass ich das übersetze? Pop-Up Toys. Ja. Das habe ich geschafft. Danke für die Übersetzung. Naja, dann lass doch gehen, oder was? Oder was ist los jetzt? Hä? Shit. Ellie, gib uns Deckung. Hast du gefunden? Nicht. Sam, bleib bei dir. Okay. Wo sind die anderen? Ich komme über rechts, Männer. Sie wollten nochmal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Ich komme über rechts, Männer. Ich schaue hier. Mhm. Mhm. Okay, ihr schnappt euch den. Nee, ich schnapp mir den. Oh mein Gott. Verdammt, wir haben noch einen Toten. Schnappt sie. Hallo, hilft mir jemand? Seid ihr alle fucking NPCs? Oder what is happening right here, man? Wo steckst du? Hallo? Dicker, bin ich der Einzige, der hier arbeitet, oder? Das bist du hier. Halt die Fresse, du. Fucking. Eminem-Fan, oder was? Ja, weil ich es gesagt habe, ich finde Eminem auch cool. Bro, also Richard, ich bin mit vier Leuten, keiner hilft was. Ich bin den einen am Choken, der andere guckt, einer schießt, ich bin auf 1 AP, alle rennen los. Oh, das ist crazy. Das ist crazy, Bro. Heutzutage, die Jugend von heutzutage, das ist es nicht mehr, Leute. Das ist wie ich schieße, Bruder, jetzt. Bruder, verpiss dich mal jetzt, was willst du jetzt hier von mir? So. One Shot. Okay, One Shot. Chat fürs Protokoll, das war One Shot, okay? Fürs Protokoll, das war One Shot. So, One Shot, das hat aber gelaggt. Alright. So, ich muss actually was herstellen. Habt ihr auch den Lag gesehen? Habt ihr auch den Lag gesehen? Da war kurz so, keine Ahnung, ich hab immer so versucht zu aimen und es hat immer so, hat immer so weggejittert oder so. Es war so ein bisschen so Network, ich glaub, es war so ein bisschen Network Lag oder sowas auf ne Art, gell? Also da war gerade irgendwie sowas richtig, richtig komisch, ne? Kann ich eure Base mal looten auch oder wie sieht das aus? Oh, shit, Bruder, da geht's direkt zur Sache hier. Auch so? Oh, du bist 14, hm? Beinahe. Okay. Wirklich? Alright, they're flirting and shit, man. That's cool. Da hab ich nichts dagegen. Aber die Base ist ja komm... Oh, warte mal, hier hat's geblinkt. Die Base ist ja komm leer gelootet von denen. Ist ja krank, Chat. War Sticktrip vom Controller. So sieht's aus. Ganz genau so sieht's aus, Bro. Ich dachte, das ist schon das Lager. Ja, jetzt pass auf, da wartet jetzt irgendjemand auf uns oder irgendeine hinterhellige Falle oder so ne Scheiße. Er kriegt so Headshot jetzt. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? War noch nicht da, oder? Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Wachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Oh, nachts gehen wir schon. Nach dem Sonnuntergang. Nachts gehen. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Oh, die flirten. Au. Süß. Süß. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Das gibt es so lange. War gerade im Netto und hat für 30 Euro Eis gekauft. Supra. Das ist völlig außer Kontrolle gerade. Aber geil auch. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er da hin. Morgen. Aber Spoiler, da lebt keiner mehr. Die sind alle erschossen worden, Bro. Wir gehen heute Nacht. Ich finde das Spiel übertrieben geil, Bro. Das ist geiles Game. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Okay. Alright. Okay. Alle bereit? Ja. War am Dienstag im Aldi und hab für 20 Euro Eis gekauft. Ist alles schon weg. Aber so was für Eis, Bro. So Wasser-Eis-Shit oder so Speise-Eis-Type-Shit oder was? Ja. Wir beruhigen. Ich muss einmal noch reinheilen, bevor wir da gleich in das Riesen-Fight-Match-Shit-Bums gehen. Ich hoffe, du kennst den Weg. Aber ich fühl den Hustle, Bro. Support ich. Okay. Ich hab hier mal die Shotgun-Ready am liebsten. Ich will mal nachladen. Kein Loot, leider. Macht doch Taschenlampe aus. Wir sind auf Geheim, Bruder. Wollen wir lieber Revolver als Primärwaffe annehmen? Okay, er hat Licht ausgemacht. Gut. Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Hey, alles klar? Ich versuche, warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Stuhl, sie sind. Wie ein Nind. Das war's. Okay, kommt alle weiter. Da ist die Wolfslein kurz abgebrochen. Wollang? Wollang, verdammte Scheiße, Mann? Wer schießt denn da? Ah, auf die Zombies schießen, ja. Ich seh ihn. Da hinten. Moment, da drüben, da. Kümmern die sich um den? Erledigt, hast du das gesehen? Nicht schlecht. Stark. Okay, also wir haben einen am Scheinwerfer. Einen am Scheinwerfer und einen unten, oder? Mehr haben wir nicht, Chad. Kaktus ist immer noch top tier. Kaktus ist schon geil, ja. Snickers ist auch geil. Im Sommer immer zwei, drei Mal Eis am Tag. Zwei, drei Mal Eis am Tag, Bro. Das ist crazy. Sollen wir den mal mit dem Bogen versuchen zu killen? Lautlos? Ah, ist zu weit, ist zu weit, naja, Moment. Ja, was machen wir? Ah, nee, es sind drei. Oben steht einer, einer schießt, einer ist am Scheinwerfer. Ich weiß nicht, was ist gerade seine Mission? Er pimmelt einfach hier seine Eier weg, ne? Kann man hier irgendwie... Ah, jetzt kommt der mit, oder was? Also wir können halt versuchen, wenn die da hinten vielleicht konzentrieren... Sehen die mich, wenn ich so mache? Können versuchen, den unten, den lautlos zu killen, unten. Über links. Dass ich hier links unten warte, dann lautloser Kill. Ich meine, das sind drei Leute, Bro. Also Redalk, das würden wir auch... Hey, siehst du das? Hey, laut komm! Hier ist nix. Habt ihr was? Ja, absolut nichts. Geil! Hat geklappt. Oh, Flasche Ablenkung, ja, stark. Ja, Redalk, also wegen drei Leuten würde ich jetzt hier nicht so rumhutzeln, Bro. Okay. Ich warte hier, wenn der das nächste Mal hier seinen... Oh, Generator ausschalten, auch stark. Aua, ich wollte den ausmachen. Gib mir Deckung, ich geh vor. Ich passe auf. Ich geh drüben! Gib mir Volldeckung, Bro, bitte. Bitte, schaffst du wenigstens das? Dafür wirst du bezahlen! Wo ist der andere? Da sind noch mehr. Wo sind die mal welche? Mach ich alles alleine hier eigentlich? Hallo? Bro, ich, also, on God, ich check's nicht. On God, ich check's nicht. Okay, los! Was machst du denn? Okay. Okay. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Wir müssen das auf, äh... Wir müssen das auf Stealth durchspielen. Wengle, was geht ab? Also, Chell, sag mal ehrlich. Sag mal ehrlich. Meine Mates sind fucking NPCs, Bro. Moment. Da drüben! Da! Was ist, wenn wir ihn hier unten mit Bogen ausknocken, das würden die oben nicht sehen und nicht hören, right? Ich will halt voll gern den Generator ausschalten. Ich will halt voll gern den Generator ausschalten. Wir sind noch... Wir sind nicht aufgeflogen, oder? Sind wir aufgeflogen? Warum kann ich tatsächlich aufmachen? Ach, schlapp ihn! Bei dem Tor! Ah, mein Mate macht echt viel was? Krass! Hallo! Hä? Was zum heiligen fliegenden Fick? Henry! Du musst aufpassen! Hedda! Fick dich! Ich bin auf mich alleine gestellt, Chad. Die NPCs sind schon da hinten drin. Aua! Aua! Was? 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 Was denn? Was auf einmal jetzt? Was auf einmal jetzt? Was auf einmal jetzt? Was auf einmal jetzt? Ja, Bruder. Tote Mission. Tote Mission, Bro. Wo spawnen die... Wir müssen das komplett auf Stealth machen, glaube ich, oder? Wieso geht das Tor nicht auf? Soll ich mal... Soll ich mal... Komm, wir traten einfach mal aus Spaß mal kurz ein anderes Strat. Scheiße! Okay, Licht ist aus. Wir spielen Chillic. Wir spielen Chillic. Hier ist noch einer. Aua! Aua! Danke! Ey, ich schieße! Wer hat von hinten getroffen. Wer hat von hinten getroffen. Ich bin zu low HP, Bro. Fuck! Okay. An sich war das smart, aber ich muss dann umpositionieren. Vielleicht, wenn ich aufs Gerüst hochgehe. Aber ich komme da nicht hoch, ne? Ich habe zu wenig HP, Bro. Ich tank zu viele Treffer, Bro. Kannst Schulter wechseln mit der Waffe in der Waffe zwischen... Dann sagt die Taste, Bro. Sagt die Taste. Oh, das war ein Header, Bro. Oh, du bist tot, Arschloch! Alright. Wir sind gleich... Ah, hier hinten. Hinter uns. Der hier. Das müssen wir kurz per Hand machen. Alright. Kurz einmal hier zum Chillen. Ich gehe ran. Alright, lad nach, lad nach. Wir haben noch... Wir haben noch einen Atzen oben auf dem Turm. Da haben wir noch einen hier gerade gesehen. Wie ist das nicht drin, Bro? Alright. So, und jetzt haben wir noch oben einen. Wenn ich es richtig gerechnet habe. Haben wir noch oben einen irgendwo. Aber wo? Oh, nee. Hier vorne. Hier unten vorne. Digga, Mate. Also, mein Mate macht original gar nichts, Mann. Bro, hast du Medi-Kit? Ich habe ein HP. Okay. Fuck it, Leute. Wir haben es geschafft. We did it. Oh, mein Gott. Sie hat Medi-Pack. Oh, mein Gott. Oh, Ellie, du bist die Beste. Oh, Ellie ist die Beste, Bro. Habt ihr gesehen, Chats? Sie hat das extra Medi-Kit gegeben. Wow. Ah, nee. Wenn ich das ausmache, geht die Tür nicht auf, ne? Actually, null IQ-Move. Ah, doch. Geht auf. Henry, hilf mir mal damit. Okay. Bereit? Da kommen die nicht durch. Da kommen die nicht durch. Halt, halt, halt. Hey, sie sind hier drüben. Oh, shit. Nein. Oh, actually, habt ihr was gemacht? Erledigt. Ich bin so stolz auf euch. Los, kommt schon. Ich bin so stolz auf euch. Bleibt Wasser. Wir haben es noch nicht geschafft. Okay, schau mal nach. Chad, Claps. Claps für meine Mates, Alter. They did it. Wow. Sie haben in real time einen Shot gemacht und den getroffen. Schau, das waren meine Mates. Sam, los geht's. Ja, Sam wird jetzt sterben. Sam wird jetzt sterben. Komm schon. Shit. Oh, die rammen das auf? Das ist crazy. No, wait. Nein, nicht jetzt am Ende. Jetzt bin ich der Letzte, der nicht hochkommt. Hallo. Fickt euch, Alter. Levitation-System. Was geht ab? Stark. Gänsehose. Aber wohin gehen wir? Ah. Ist das krank, Bro. Boah, ich hab wirklich schon die Brücke vor meinen Augen gesehen, ne? Ah, das war dumm. Ich dachte nicht, dass hier Gegner drin sind. Das war dumm. Ich wollte nicht fighten. Fuck. Oh, das Rohr nehm ich aber. Ja. Da ist er. Na. Also. Ey. Stahlrohr ist das Geilste, wenn man das hat. Okay, noch ein Atze. Ja, Ellie, stark! Wo steckst du? Wer weiß? Moment. Immer mit der Ruhe. Was ist, wenn man die da nicht killt? Verraten die dir irgendwas? Alles ist cool, Mann. Verraten die dir irgendwas? Wo ist dein Anführer? Ja, okay. Alright. Bisschen Loot aufsammeln. Sehen wir uns um. Hast du das gesehen? Das war gut. Boah, ey. Chat, Real Talk. Das ist so krass. Das Game hält uns so hin, Bro. Wir sind so gekackholdet von diesem Game. Wir wollen doch einfach nur zu dieser Brücke, Mann. Ey, wie viele Steine wurden uns da jetzt schon in den Weg gelegt? Wait, von hier kommen wir, ne? Ist das krass. Ey, Chat wieder. Chat ist eingeschlafen, Bro. Chat tot. Was passiert zu, Freunde? Was geht ab? Was macht ihr gerade? Bestimmt gleich vorbei. Bro, ich brauche für meinen eigenen Seelenfrieden, dass wir jetzt zu der Brücke kommen. Ich brauche für meinen eigenen Seelenfrieden, dass wir jetzt zu der Brücke kommen. Wirklich. Bitte, Jesus. So, ich müsste dich entschuldigen. Ich check das. Ihr chillt halt, ne? Aber es dürfen nicht alle auf einmal chillen, Bro. Sonst bin ich wie in so einer Therapy-Session, aber ich rede mit mir selber. Lecker essen. Geil, geil, geil. Einfach rennen. Jetzt aber rennen die Mission jetzt. Okay. Passenderweise für die Mission treffen die nicht. Das ist sehr, sehr chillig. Scheiße. Verdammt! Oh, oh. Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Ach, du Scheiße, Bro. Ach, du Scheiße, Elli, ey. Die kann nicht schwimmen, die alte. Komm her. Einfach Paddler. Einmal mit der Arme. Oh. Bin gerade am warten, bis mein Duomate ready ist, damit ich meine Psychose in den Leak holge. Bruder, jetzt hast du noch die Chance. Mach's nicht. Henry, er wacht auf. Oh mein Gott, die alten Snitches sind da. The good old Snitches are there. Was hab ich gesagt, hm? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Er kippt ihm jetzt eins auf die Fresse. Was ist dein Problem, Mann, hm? Henry, hey, hey, hey. Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werdt ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ja. Ich hab dich gerettet. Muss ein bisschen Elo gehen. Mhm. Und mich auch, John. Ich wünsche dir viel Glück, Bruder. Wir wären entrunken. Kein Siebpferdchen, wirklich, ja? Die Elite in der Zombie-Welt hat die Zeit ihres Lebens über alles Wasser. Lernt nicht so schön. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also, der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Ja, wer... Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Werden wir da froh sein, Chad? Werden wir froh sein, dass wir ihn haben? I don't know about that. Aber, Freunde... Das soll es tatsächlich heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.